So, guten Hallöchen Leute, es geht heute mal um was ganz und gar anderes, ja? Und zwar geht's darum, ein paar neue Member für unseren Altis Live Server zu finden. Ja, ich spiele seit einigen Wochen Altis Live auf einem neuen Server, der heißt We Are Versus Cheater. Ist ein abnormal geiler Server mit abnormal geilen Typen. Und da würde ich gerne an oder anderen Sachen eigentlich den schmackhaft machen, dass der da mitspielt. Und wer bis zum Ende fertig hat, bekommt als Neuling einen kleinen Startbonus. Viel Spaß. So Leute, jetzt sind wir da am Server von den We Are Versus Cheater, mehr oder weniger Clan. Clan Satz Kana, eine große Gruppe. Und da habe ich mich jetzt angeschlossen. Jetzt reden wir da mit dem Server Admin namens Markus und der wird uns jetzt erzählen, was es so auf dem Server zu finden gibt. Hallöchen Markus. Hallo zusammen. Ja Leute, wir sind ein junger Clan. Wir haben Altis Live von Ama3, kurz und bündig erst eröffnet. Wir sind etwa eine Community von 30 Leuten. Wir haben strukturierte Polizei, die wirklich auch eine Polizeieinheit ist. Des Weiteren haben wir Rebellen, die ihre große Freiheit haben. Wir dürfen alles anstellen, was sie wollen. Beachten natürlich extremst auf diesem Server diesen RP-Modus. Wir wollen keine RDM oder Trollen oder sonstige Leute, die den Spielspaß stören. Für Fahrer gibt es hier eine extrem große Palette an Fahrmöglichkeiten. Zu den gängigen gehören natürlich dann auch der Diamanten und der Silber sowie Bier und Schnaps. Wir haben ein Housing sowie ein Casino, das man auch wie die Bank ausrauben kann. Aber auch Blackjack zocken, wie im Casino auch. Und wir machen, das ist ganz wichtig bei uns, jeden Samstag ein tolles Event, wo die Community und die Spieler, die mitmachen, von dem Server hier Preise gewinnen können. Ja, wir starten jetzt in der nächsten Zeit einen Ironman aus Altis Live. Und wenn jemand noch Bock hat, wir würden uns freuen, wenn wir immer wieder junge Spieler begrüßen können, die hier bei uns mitmachen möchten. Und wie ist das so? Darf du die Community mitentscheiden, was es da für Events gibt oder macht es das ihr? Natürlich, wir haben eine Homepage, wo sich die Schüler registrieren kann und dann auch für Vorschläge präsentieren kann. Wir achten extremst darauf, dass die Vorschläge der Community eingehalten wird. Wir arbeiten immer darauf hin, am Limit, um die Leute da zu motivieren. Und wir werden auch die Wünsche der Spieler immer respektieren und akzeptieren. Wir haben fast eins zu eins die Vorschläge und Wünsche umsetzen können. Und wer hier bei uns mitmachen möchte, ist herzlich willkommen. Das klingt sehr schön. Gut, willst du uns noch irgendwas sagen, Markus? Nein, also zum Schluss würde ich ehrlich sagen, wenn ihr uns finden wollt, ja, die Daten ist alles in der Beschreibung. Ist alles in der Beschreibung und wir freuen uns auf jeden und wir empfangen euch. Wir freuen uns auf euch und macht es gut. Gut, dann sage ich vieler Sinn, Markus. Ja, danke schön. Geht's los. So, für den Abschluss soll ich mir auch was einfallen lassen. Und zwar unser Startbudget, also das mit dem man startet, ist bei 5000 Dollar. Und da haben wir gedacht, jeder, der was das Video gesehen hat und jetzt denkt, der Server, der passt für mich, weil er einfach nur geil ist, sagt am Server einfach zu mir oder zum Admin oder schreibt einfach irgendwer an, der was Polizist ist oder so, ist ja nicht mein Name, dass er das Video gesehen hat, als er vom Depenetrator kommt und kriegt dann zusätzlich 30.000 Dollar aufs Konto. Hat somit einen Startvorteil. Und da haben wir gedacht, das ist schon ziemlich geiler Bonus, weil man mit 30.000 Dollar schon ziemlich was anfangen kann. Und vielleicht gibt's ja auch Leute, die immer mal mit mir spielen wollten oder so. Und das gibt's ja alles, ne? Ich weiß nicht, wer das noch existiert, aber da gibt's immer welche. Und ich denke mir, der Server hat alles. Er hat Donator Shop, er hat alles. Er hat gute Polizei, gute Rebellen, gibt immer mal Banküberfälle. Man hat überall Spaß, alle lachen und alle mögen sich. Also, da kann man sich leicht einintegrieren und der Server ist einfach für jeden, was der aber gerne Roleplay betreibt. Also, ich freu mich, wenn ihr euch seht. Vor allem, wenn ihr sagt, der kommt von mir. Ich freu mich besonders, dann kriegt ihr halt auch was dafür. Und ich hoffe, ich seh ihn auch noch der anderen auf dem Server von euch. Dann sage ich danke Markus und Servus.